Einen wunderschönen guten Tag, lang ist es her, aber wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Ghost of Tsushima für die Playstation 4 und eine kleine Information Leute, anscheinend wird es halt im Verlauf dieses Jahres nochmal so ein DLC oder eine Erweiterung geben von Ghost of Tsushima die online gehen soll, nicht gegeneinander, sondern miteinander soll man zusammen online Koop-Stories machen können das ist ziemlich interessant, wir sind zeitgleich auf Twitch, ihr seht aber keine Overlay, also keine Anzeige, das liegt daran, dass sich halt bei diesem Let's Play drauf verzichten möchte, vielleicht lenkt das ab, vielleicht ist das für den einen oder anderen nicht schön aber ich kann nur eins sagen, es ging richtig ab und es geht immer richtig ab, hör mal, im Chat und heute hat ein Zuschauer, der ist VIP auf meinem Twitch-Kanal, namens Royal, 114 Leute insgesamt beschenkt, da möchte ich mich nochmal bedanken und wir sprechen jetzt mit Yuna und gucken mal was abgeht hier in der Story, hallo Yuna, was geht? Ja 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 Ich möchte die anderen Seite auch. Du hast es gut. Dann muss ich den Mokko besuchen. Ich wünsche mir die Arbeit. Ich möchte mich mit den Händlern. Ich möchte mich mit den Händlern. Ich möchte mich mit den Händlern. Nein, ich kann mich nicht. Es gibt einen Schlauch. Das war ein Kind. Ich kann mich nicht mehr überlegen. Ich kann mich nicht mehr überlegen. Ich möchte mich mit den Händlern. Ich möchte mich mit den Händlern. Ich sag mal nichts, ne, weil immer wenn ich anfänge, deswegen. Oh. Oh. Oh nein, ich hab einen runtergeholt. Nein, ich hab nicht einen runtergeholt. Oh nein. Oh nein. Das hab ich nicht gemacht. Ich hab einen vom Pferd runtergeholt. Das ist besser. Nein, ich hab kein Pferd. So, VR hat gerade 200 Witzer gelassen und schreibt, um Single vom Freund. Nein, danke für die super Enthaltung bei dir. Wird nie langweilig. Ich habe zu danken, dass ihr immer dazukommt. Egal, was ich zeige. Ja. Ja. Wo ist der Schlauch? Es gibt einen Schlauch auf dem Fenster. Ich kann mich überlegen. Ich kann mich überlegen. Aber wenn du Schlauch auf den Schlauch findestellst du, dann wird der Schlauch der Schlauch verletzt. Taka, du hast du命 gebeten. Du hast auch mich gebeten. Ich habe mich gebeten. Ich habe mich gebeten. Ich habe mich gebeten. Ich habe mich gebeten. Einen Weg werden wir finden. Einen schönen Tag. Ihr wollt mitkommen? Headshot! Headshot! Headshot, son! What? Drudeau! Ich krieg ich nicht. Was eine Thunder. Leute, kennt ihr noch Royal, den ich am Anfang gewählt habe? Der lässt einfach mal 1050 Bits da und schreibt, das war es jetzt wirklich. Oh Mann. Mir fehlen da wirklich die Worte. Und an die Zuschauer, die mal nichts spenden können oder nicht wollen oder sowas. Überhaupt kein Problem. Wenn ihr unterstützen wollt, kommt einfach in den Streams, in den Videos dazu. Das reicht schon. Aber Royal, Royal weiß ich nicht. Royal hat einfach Lust. Dankeschön Royal. Und wenn wir dabei sind, es wurde auch mal von Max gecheert. Dankeschön auch an Max an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, meine Damen und Herren. Während ich jetzt überlege, was wir machen. Es kommt einer, es kommen sogar zwei. Es kommt einer, gut. Aber mit einem habe ich gute Karten. Bleib liegen. Das muss ich jetzt machen. Weil der sonst... Oh guck mal, Schweine. Ihr Schweine. Ihr habt die Schweine getötet. Ja, das war eine Ablenkung. Wo müssen wir eigentlich hin? Oh oh. Lass dich nicht von den Mongolen bemerken. Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ja, ich will euch nicht umbringen. Aber ich muss doch einige von denen umbringen, damit wir durch können. Versteht ihr das nicht? Ach man. Wir müssen hier schleichen. Wir müssen hier schleichen. Das geht nicht anders. Ja, was ist das denn für ein Sprung, Alter? Habt ihr das gesehen? Da wäre sogar Michael Jordan eifersüchtig. Hallo. Ja, hier gibt es nichts. Oh. Wir wurden wieder gesichtet. Ich sage es euch. Wir wurden gesichtet. Wurden wir gesichtet? Ja. Nein. Nein. Das gibt es nicht. Guck dir das mal an. Ey, aber fighten wäre deutlich geiler. Fighten, kämpfen wäre richtig geil. Hallo an alle die Streamen dazugekommen sind. Ich grüße euch an dieser Stelle. Das wäre richtig geil. Aber das ist nicht unsere Aufgabe anscheinend. Weiter. Das wäre aber auf jeden Fall cooler. Ich glaube, da würde mir jeder zusprechen, dass das deutlich cooler wäre. Das wäre so geil. Das wäre hammergeil. Ach nein. Okay, meine Damen und Herren. Ich verspreche es euch. Ich werde gechillt sein. Jetzt wird es gechillt sein. Nur die Leute, die 100% in unserem Weg sind, werden nicht mehr in meinem Weg sein. Versprochen. Wo ist denn der Fluss? Doch da. Ein Zuschauer hat mal geschrieben, je ehrenloser du kämpfst, desto schlechter ist das Wetter in diesem Spiel. Habe ich nie drauf geachtet. Werde ich aber jetzt in der Zukunft mal machen. Zum Beispiel das, was ich jetzt vorhabe, wird richtig ehrenlos. Oh nein. Das ist ehrenlos. Wie kann er mich denn da sehen? Das musste sein. Das musste sein. Aber komm, wie soll ich denn hier durch, ohne entdeckt zu werden? Ja, natürlich. Und ich kann nicht mehr zurück. Doch, kann ich. Gott sei Dank. Aber das ist doch, das ist doch, was ist das? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich bin der größte Fighter, den es gibt, aber bin so wie so ein Feigling. Deswegen ist das Wetter so schlecht. Harvo, ja, hau ab. Du Esel, du, du Eschek. Was ist das für ein Spiel? Ich will nicht. Ach nein. Ich will echt nicht. Lass mich in Ruhe, bitte. Bitte, Mister. Bitte. Bitte, Mister. Das, das, ey, das ist doch wirklich, das ist nicht zu beschreiben. Bestimmt gibt es da irgendeinen Weg. Die haben doch von einem Geheimweg geredet. Müssten wir jetzt da hin oder wollen wir da hin? Da hinten am Baum, haben die gesagt. Das probieren wir jetzt und sagen dabei Dankeschön an 030boy, der zum vierten Mal einen Sub da gelassen hat auf Twitch. Willkommen zu unserem Hammer-Club zum vierten Mal. 030boy, deine Herzen sind schon ordentlich geflogen von der Hammergeilen Community. Ich will jetzt wirklich nicht gesichtet werden. Ich mach das ja nicht extra. Ich möchte ja auch weiterkommen. So, da war ein Geheimgang am weißen Baum. Achso, mit R2. Achso, da kommen wir nicht durch und der hat uns wieder gesichtet hier. Der Meister Hentai. HENTAI-SAMA! Aber warum, warum? Ups, ja, das, das verstehe ich. Okay, wir würden von uns weiter nicht entdecken lassen. Aber warum, ich will falten, Alter. Ich will mal einen Geheimgang am R2. Das kann man nicht nutzen. Das wird Geist wieder. Der Geist ist da, ich wird nichts passieren. Das ist ein Geist wieder. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Okay, unser Onkel hat also mal diesen Kleinen jetzt vertreten und jetzt ist die Gefahr, dass sie sich den Mongolen anschließen würden, aber Taka und Yuna sagen nein. Und wenn ihr euch ja oder Siemura-Dono-Holikohi-Gewiebaut, dann werde ich sie unternehmen. Die Karni-Kawa-Eich-Gewiebaut waren immer von der Karni-Kawa-Eich-Siebaut. Das ist der Abenteuerliche Anwälte. Das ist der Anwälte, was ich. Das ist die Kirche. Das ist der Karni-Kawa-Eich-Gewiebaut. Das ist der Karni-Kawa-Eich-Gewiebaut. Das ist der Karni-Kawa-Eich-Gewiebaut. Aber du bist der Karni-Kawa-Eich-Gewiebaut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017